Und dann Birte Thim holt den Rebound, den nächsten Wurf und dann Heideschläge gegen Birte Thim. Ah, schade. Ja, von hinten reingegriffen, also man könnte da natürlich auch, obwohl ich dem Herrn, Kindervater, da nicht unterstellen will, dass das eine Fehlentscheidung war, aber hätte man auch vielleicht einen Foul feilen können. Stefanie Lee zu Baker, die setzt den Wurf an, holt sich den eigenen Rebound. Und dann kommt der Freier, dieses Mal von Kathleen Young. Schön an das hier, Young wieder mit dem Freier. So, das war wieder so ein Wurfchen aufpassen, dass man so eine negative Brimale rutscht. Ja, das war eigentlich ein ganz großes Grönradfahren. Ja, da gibt es mittlerweile drei Bälle, die Frau in Marburg im Röhrradfahren. Ja, das ist ein ganz großes Grönradfahren. Ja, das ist ein ganz großes Grönradfahren. Ja, das ist ein ganz großes Grönradfahren. ier, das ist ein ganz großes Grönradfahren. Vielen Dank.